GIVEAWAY Wahrscheinlich werde ich ein bisschen so rumlaufen müssen Darum geht es aber heute gar nicht, sondern darum, dass mein Merch-Store jetzt endlich auch, bzw. mein Merch auch endlich online zu bekommen ist Das hatten mir mega, mega viele auch geschrieben Bei den Fragen zum FAQ, übrigens das FAQ wird auch kommen, aber Wer mich auf Twitter verfolgt, weiß, dass im Moment bei mir Wie soll ich sagen, privat ein bisschen was los ist Jetzt keiner gestorben oder so, aber so, dass ich halt ein bisschen Abstand einfach brauche Aber wird alles kommen, Jungs, komm, keine Sorge, keine Sorge So, wir befinden uns gerade hier auf dem tomilustore.de Wo auch zum Beispiel Sandro Biber, Funk Royale, Holly und so weiter sind, Spendi Und unter anderem auch mein Merch-Store, was mich natürlich sehr, sehr freut Bitte nicht nur auf die Brille gucken So, dann klicken wir hier einfach mal drauf zum Commander So, hier sieht man ihn auch schon Und es gibt zwei Variationen von meinem Merch Einmal kann man das Merch einzeln kaufen für 21 Euro Und einmal im Bundle mit Poster und Autogrammkarte Und für dieses Bundle habe ich mir persönlich was einfallen lassen Und zwar Und jetzt kommt es für die Goodbye Hunter unter euch Drei Skins gibt es zu gewinnen Aus meinem Inventar, mit denen ich auch selber eine Zeit lang jeweils gespielt habe Einmal ist das mein Flipknife Lore, wo ich ungefähr eine Woche auf der Jagd war, bis ich das hatte Dann eine M4 Icarus Fell FN mit vier Titan Stickern Die glaube ich auch noch ein bisschen was wert sind, weil Titan gibt es ja nicht mehr Und als mein persönliches Special bei den drei Skins ist auf jeden Fall Die AK Blue Laminate Stead FN mit dreimal Crown Fall Und einmal iBuy Power Holo Sticker Wer nicht weiß, was das für ein Sticker ist, kostet so um die 3000 Dollar Wenn der Sticker allerdings auf Skins ist, sagt man so ungefähr 10% des normalen Werts ist er noch wert Wären bei dem Sticker immer noch so um die 300 Ich persönlich habe dafür auch so um die 500 ausgegeben für die AK Da waren die Preise aber noch ein bisschen höher, also ich schätze mal so 300 ist sie immer noch wert Aber der ideelle Wert von dem Ding ist natürlich auch um einiges höher Weil wer es noch weiß, die gute Waffe war auf dem Cover von Just Commander Things 2 In meinem erfolgreichsten YouTube Video, was ich jemals produziert habe Also wer das gewinnt, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch Und bitte nicht weggeben oder verkaufen, je nachdem So, jetzt wisst ihr, was ihr bekommen könnt Und falls ihr euch denkt, ich hätte mal gerne ein paar Informationen zu dem Merch und so weiter Dann empfehle ich euch auf jeden Fall mein anderes Video, was ich dazu gemacht habe Da erkläre ich alles genau, wie ich auf das Logo bekommen bin und so weiter Das einzige, was sich vom letzten Video zu diesem verändert hat, ist, dass das Druckverfahren noch mal geändert wurde vom T-Shirt Das bedeutet, dass Lama ist jetzt einfach noch mal besser geworden und ist jetzt auch richtig strahlend weiß Wie die Szene von irgendwelchen Kindern bei Zahnpasta werben Ja, das dazu Checkt auf jeden Fall Hier unten ist es auch verlinkt auf dem Merch-Store Also einfach mal draufklicken Und ja, wenn ihr euch Wenn ihr euch Dieses Bundle jetzt bestellen möchtet Und euch fragt, wie komme ich denn an die Skins Das wird ganz einfach sein Und zwar wird innerhalb von einer Woche jetzt Das heißt vom Donnerstag oder acht Tage jetzt bis zum nächsten Freitag Werden bei allen Bestellungen Beziehungsweise wird zufällig in eine der Bestellungen jeweils ein Zettel gelegt Ein Zettel Mit einem von den drei Skins Und ja, wenn ihr diesen bekommt, dann meldet ihr euch einfach bei Tomilo Ich hab hier meinen Zeigestock Meldet ihr euch bei Tomilo und mit dem Code Und ja, die geben das dann an mich weiter Und ich trade euch dann die Waffe rüber Ich kann euch dann auch bei Steam enden, wenn ihr Bock drauf habt Und dann werden wir beste Freunde So, ganz kurz Es ist übrigens mega, mega einfach Einfach hier, wenn man sich das Bundle kaufen möchte Einfach hier plus So, dann habt ihr jetzt erst Ach genau, da muss man ein bisschen aufpassen Jetzt habt ihr erst mal hier nur dieses Lama-Shirt ausgewählt Dann könnt ihr Variante auswählen Dann wählt ihr hier eure Größe aus Ich muss euch natürlich gestehen Ich hab die Zillings-Sonderbestellung rausgeschickt Ich hab nämlich drei XL Hier im Shop ist es nur bis XXL Ja, würdet ihr hier XXL auswählen Dann Auswahl zum Zettel hinzufügen Und dann hier Zillings-Lama-Poster auswählen und weiter Zillings-Autogrammkarte auswählen und weiter So, und dann habt ihr hier das Bundle bestellt Könnt Auswahl in den Warenkorb legen Und, ja, kommt dann hier zur Kasse oder direkt zu Paypal Je nachdem Ja, das war's eigentlich auch schon von mir Es werden, jetzt nochmal eine kleine Ansage zu dem Twitter-Post da Es werden auf jeden Fall sehr, sehr regelmäßig dann Videos kommen demnächst Wenn ich mich ein bisschen erholt habe Und, ja Ich freu mich auf euch Und wer mich supporten möchte Für den ist das doch eine Riesenchance Jetzt auch nochmal ein paar besondere Skins zu gewinnen Ich würd mich auf jeden Fall freuen Und ich tauch mal wieder ab Oh, scheiße